Willkommen zum Seminar Digitale Strategien entwickeln und umsetzen. Hier erfahren Sie alles zu den Seminarinhalten. Die digitale Transformation von Unternehmen ist das Top-Thema der deutschen Wirtschaft. Viele Unternehmen sehen die Notwendigkeit, ihre bestehenden Geschäftsmodelle und Prozesse den sich ändernden Marktbedingungen anzupassen. Digitalisierung treibt Erfolge an, doch wer seine Prozesse digital neu gestalten möchte, trifft schnell auf Herausforderungen und offene Fragen. Eine Gesamtstrategie ist elementar, um digitale Prozesse und Innovationen erfolgreich und nachhaltig implementieren zu können. So gilt es zunächst, strategische Entscheidungen auf der Ebene der Unternehmensführung zu treffen. Nach diesem Seminar haben Sie einen Überblick über Chancen, Risiken und Handlungsoptionen der Digitalisierung für Ihr Unternehmen und können die Auswirkungen auf Ihr Geschäftsumfeld einschätzen. Sie sind in der Lage, die nächsten strategischen Schritte für Ihr Unternehmen in Richtung Digitalisierung aktiv zu gestalten. Nutzen Sie unser Expertenwissen für Ihr Weiterkommen. Buchen Sie Ihr Seminar einfach online unter ifm-business.de oder lassen Sie sich beraten. Wissen bewegt!